Jo, hallo Leute, was geht? Nur ein ganz kleines Informationsvideo und zwar da ich ja jetzt WarioWare Inc. beendet habe, habe ich mir gedacht, hm, was spiele ich jetzt nächstes? Ich habe gedacht, ihr entscheidet das, ihr könnt aussehen zwischen Mortal Kombat 4 oder Super Mario 64, natürlich werden beide Spiele kommen, aber ich habe mir gedacht, ihr könnt euch jetzt erstmal suchen, was ihr eher sehen wollt. Natürlich werde ich Super Mario 64 versuchen, 100% zu spielen, Mortal Kombat 4 ist klar, da werde ich wieder mit allen Charakteren durchspielen, die es gibt, ja, bei Super Mario 64 werde ich versuchen, 100% hinzukriegen, wenn es geht, weil es gibt ja ein paar Level, naja, ich will jetzt nicht spoilern, aber wie gesagt, ich habe ja meistens ein Kennerspieler, es gibt doch immer Leute, die das Spiel dann doch noch nicht kennen und ja, ihr entscheidet jetzt einfach, was ich jetzt nehmen soll, was ich jetzt nehmen soll, jetzt erst mal an erster Stelle, wie gesagt, natürlich wichtig, ihr beides sind, was ihr jetzt eher sehen wollt. Ihr habt bis nächste Woche Freitag Zeit, das ist der, warte mal, oder jetzt muss ich in der Aufnahme mitten gucken. Gucken. Genau, das ist der 6. Sun Tester, 6. also Juni, der 2. Juni, der 2. Juni, genau. Ab der Zeit, das entscheiden wir nicht, mache ich aber irgendwas und guck doch mal, was von er rauskommt. Jo Leute, das war schon noch von mir, wünsche euch noch einen schönen Abend, weil wir noch immer in den Video gucken, ich nehme es gerade abends auf, also bis dann und ciao. Das was�� in den Kommentarika. Jo Each kilometomorph Mensch. Und dann. Ja, ja. Ich bin auf, also MINI. 557. Das war.